Danke, danke, danke! Also ich hab schon gewusst, du bist beliebt in Österreich, aber das hab ich dich erwartet. Du bist auch ein bisschen überrascht, wie extrem das ist. Natürlich bin ich wahnsinnig überrascht und ich möchte jetzt die Gelegenheit einfach zu nehmen und wirklich Danke zu sagen, dass Sie alle so nett und so herzlich sind.